Hey, Tabea! War eines Braunes zur Begrüßung? Nee, danke, ich drück nicht. Komm, nur ein kleiner Schuss zum Anstoßen. Ist doch nur Heroin. Wir haben auch Heroin oder Opium Light. Ach, sorry, ich will wirklich nicht. Na, komm rein. Das hier ist die Tabea. Die drückt mich. Hä? Wieso das denn? Bist du irgendwie religiös? Oder machst du so einen clean Monat gerade? Nee, ich drück nie. Wie hast du deinen Spaß? Entspann dich doch mal. Ja, genau. Oder wenigstens eine Hero-Schaule. Ich kann dich verstehen, ich finde das Zeug auch widerlich. Danke. Ich spritz lieber den guten Französischen. Chateau Heroin. Toller Jahrgang. Mh, ehrlich im Abgang. Jeden Amtenschuss. Ist gut fürs Herz. Willst du? Nein, danke. Auf dem Oktoberfest werden auch in diesem Jahr wieder Millionen Kilo Heroin konsumiert. Ministerpräsident Markus Söder setzte sich den traditionellen Eröffnungsschuss. Doch viele Gäste sind verärgert. Der Preis pro Maß Heroin wurde schon wieder erhöht. Ja, immer die gleiche Abzocker. Ist doch eh nur zur Hälfte Schaum in der Spritze. Ja, was, da gehst du ja zum Bahnhof vorglühen, oder? Das folgende Spiel wird Ihnen präsentiert von Rauscheberger. Aus dem Herzen der Natur. Mit Felsquellwasser gekocht. Nach deutschem Reinheitsgebot. Rauscheberger. Ein Schuss Natur. Fritz, weg die Scheiße. Nicht lang reden. Fritz, wir geben. Stürzt euch, wenn ich kiffe? Spinnst du? Das Zeug ist echt ungesund. Du kiffst dir noch die Rübe weg. Ist wirklich kein Brokkoli. Aber Cannabis ist doch viel harmloser... Ey, die Tabea hat echt ein Drogenproblem. Du kiffst dir noch ein Drogenproblem. Ein Drogenproblem.